Dann machen wir die Klappe. Ja, hallo und guten Tag, liebe Weinfreunde, Freunde der guten Musik, des guten Weines. Wie ihr seht, melde ich mich hier aus dem Weingut Molitor in Hattenheim zu unserem traditionellen Tanz in den Mai. Dieses Jahr leider unter anderen Voraussetzungen, anderen Gesetzen und ja, das erfordert halt neue Ideen. Und dem Klaus und mir ist da was eingefallen, wenn ihr schon nicht zu uns kommen könnt, dann kommen wir halt zu euch. Und jetzt wird er euch fragen, was ich da in der Hand habe. Das ist Corona-konform und ein Sicherheitsabstand, Klaus. Wir nennen das auch Maßband. Wir haben jetzt einen Sicherheitsabstand von 2,40 Meter. Jetzt hat der Joppo auch an seinem Bauchnabel, genau Bauchnabel, Mitte 2,50 Meter. Also absolut alles safe, oder? Alles safe, ausreichend. Ich darf euch dann auch ganz herzlich begrüßen zum Tanz in den Mai bei schönstem, bestem Wetter. So hatten wir das noch nie. Normalerweise regnet es, stürmt es. Unter anderem am 1. Mai. Dieses Jahr hat es noch weitere Vorteile. Wir werden keinen Stau an der Theke haben. Die Toiletten sind immer frei und direkt zugänglich. Und das mit dem Wein ist natürlich oder sollte kein Problem sein. Wir machen für euch Weinpakete. Diese Pakete könnt ihr einsehen auf unserer Homepage unter www.molytor-wein.de Und achtet darauf, dass ihr den richtigen Molytor aus Hattenheim habt. Ich wünsche euch viel Spaß. Gebt alles. Und denkt wieder dran, an diesem Tag ist Lepperwurst stark, weil da ist uns die Lepperwurst. So, mittlerweile haben wir jetzt einen Sicherheitsabstand von Bauchnabbel 12,80 Meter. Das ist auch okay, oder? Ja. Jetzt müssen wir uns schon laut zurufen, dass wir uns verstehen. Ja. Ich habe aber noch eine Idee und zwar sollt ihr natürlich an dem Abend auch interaktiv mitmachen. Das soll heißen, dass ihr uns per Mail eine kleine Videobotschaft schickt mit eurem Musikwunsch. Wenn es geht, nicht maximal 15 Sekunden lang, sonst bricht hier irgendein Server zusammen, wo ihr euren Musikwunsch an uns schickt. Je origineller, umso besser ist die Chance, dass wir dann den auch erfüllen. Alleine Fische? Nein. Kannst du nach Grün oder was? Nix. Oder Bergbauernburen? Nein. Also, hört mal nicht auf den. Ich höre ihn so und so nicht mehr, weil wir sind mittlerweile schon 15 Meter auseinander. Wie gesagt, die ganzen Links und die Plattform, wo das Ganze stattfindet, werdet ihr noch erfahren. In Facebook, wir werden es posten oder auf der Homepage vom Meister Molli Tour oder auf meiner Homepage www.djobbo.de oder wo auch immer, ihr kriegt es auf jeden Fall mit. Und es wäre klasse, wenn ihr zusammen mit uns am 30. April in den Mai tanzt, Laptop an die HiFi-Anlage angeschlossen, alle Regler auf 10 und dann ab durchs Wohnzimmer. Genau. Da kommt die Polizei, die es hier bei euch macht. Toll laut. Genau. In diesem Sinne, kommt gut durch die Zeit. Wir sehen uns. Prost. Prost. Und gerne liefern wir auch ihr Paket zu euch nach Hause. Chao geht. Tschüss. Vielen Dank.